Sie als Waldbesitzerin, was können Sie Robert Habeck darüber sagen? Wie viel Wald wir noch haben? Haben wir noch genug Wald in Deutschland oder wird es langsam eng? Laut von Ton und Taxis ist natürlich alles gut. In Brasilien sei der Amazonas auch perfekt geschützt. Sie als Waldbesitzerin, wurde ihr Wald schon abgeholzt? Wir kümmern uns um dieses Video. Simplicissimus, der gefährlichste YouTube-Kanal Deutschlands. Ich weiß, glaube ich, worum es hier geht. Es geht um Julian Reichelt und es geht, glaube ich, auch um Nios. Und dazu habe ich eine privatpersönliche Story. Na, nicht privatpersönlich, aber die habe ich auch schon was länger auf dem Kika aus Gründen. Ich werde gleich dazu kommen. Wir gucken erst mal rein, wie Simplicissimus hier einstellt. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Donnerstag und er ist wieder da. Er ist tatsächlich wieder da. 2021 ist Julian Reichelt als Chefredakteur bei der Bild-Zeitung rausgeflogen. Jetzt baut er sich sein eigenes Medienimperium auf. Studio, eigene Redaktion, viele Mitarbeiter mit fragwürdigem Hintergrund, mehrere YouTube-Kanäle, hunderttausende Klicks auf seine Videos. Das benötigte Budget muss in die Millionen gehen. Ihr wisst ja alle, Julian Reichelt, ehemaliger Bild-Chefredakteur, dann da irgendwie, ich weiß auch nicht mehr die genaue Story, auf jeden Fall irgendwelche Frauenthemen angelabert, angegrabbt, keine Ahnung, was auch immer da war, am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, wie gesagt, keine Correctness hier. Ich habe es ehrlich gesagt schon wieder verdrängt, auf jeden Fall mittlerweile nicht mehr Bild-Chef, hat sich aber jetzt mit diversen Formaten selbstständig gemacht im Journalismus. Fachbegriffswerke, oh Gott, Leute. Er war auch der Erfinder von Viertel nach Acht. Ey, habe ich das eigentlich euch mal erzählt? Passt mal auf, Leute, das ist ja auch noch eine privatpersönliche Story. Ich war tatsächlich mal eingeladen für Viertel nach Acht. Das ist ja diese Sendung, wo man, wie nennt man es, wo die so fünf, sechs Leute nebeneinander im Kreis stehen haben und alle sind in so einem Hochkantbild. Ich sage mal so, es hat sich dann aus diversen Gründen meinerseits doch nicht in die Tat umgesetzt, weil ich das am Ende doch nicht so gut fand. Dann kamen da noch so planerische Sachen dazwischen und so und am Ende war ich sehr froh, dass ich nicht dort war. Wobei ich nach wie vor sagen würde, ich würde der Bild-Zeitung jetzt niemals irgendwie pauschal absagen, was ja manche Leute machen. Ich finde, man sollte theoretisch mit allen reden können, aber ich habe das Gefühl, man muss bei der Bild-Zeitung besonders aufpassen. Zu welchem Thema? Das ist eine gute Frage. Zu welchem Thema war das? Ich meine, es war zum Thema Gendern, wenn ich mich recht entsinne. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass mir das dazu, also dass ich da zu negativ über das Gendern reden sollte und das wollte ich dann auch irgendwie nicht. Naja, okay, weiter. Woher kommt das Geld? Die finanzielle Situation dieser Unternehmung ist vertraulich, daran werde ich mich halten. Sass. Welche Interessen stecken dahinter und was will Reichelt mit dieser ganzen Operation erreichen? Das ist Boulevard. Das ist Populismus. Macht Reichelt jetzt Verschwörungstv, Fox News für Arme und was hat das alles mit der neuen Plattform News zu tun? Die Spuren hin... Ach, News wird das ausgesprochen. Ich dachte, News. Aha. Da muss ich daran denken. News. News. Wisst ihr, woran ich da denken muss? Dass ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur Gerücht ist, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass sich TVNOW von RTL die Website, auch die Website TVNOW, also geschrieben TVNAU, gesichert hat, um Leute, die TVNOW nicht richtig ausschreiben können, auch zu bekommen. News. News. Hinter Reichels neuem Imperium führen zu Autokraten, einem dubiosen Milliardär und letztlich zur CDU. Schon wieder. Es ist eine Geschichte, um die sich eine Boulevardzeitung wie die BILD normalerweise reißen würde. Ginge es nicht um den eigenen Chefredakteur. Eine Geschichte um Sex, um Lügen, um Macht und um viel Geld und nicht zuletzt um den Wert einer freien Presse. Julian Reichelt. Ja, das war das, wovon ich eben geredet habe. Jetzt kriegen wir es wahrscheinlich nochmal zusammengefasst. Reichelt soll bei BILD seine Macht missbraucht haben, berufliche und private Beziehungen zu Mitarbeiterinnen vermischt und Abhängigkeitsverhältnisse ausgenutzt haben. Diese Vorwürfe stehen am 17. Oktober 2021 in diesem Artikel der New York Times. Der US-Zeitung sind Recherchen von deutschen Journalisten zugespielt worden, die mit zahlreichen Frauen gesprochen haben, die mit Reichelt zu tun hatten. Einen Tag später ist Julian Reichelt als Chefredakteur bei der BILD offiziell raus. Ich muss an der Stelle eine Sache sagen und ich hoffe, das wird mir nicht falsch ausgelegt. Ich meine, es war damals auch mal so ein bisschen das Gerücht in der Welt, dass man auf Seiten von Springer auch Interesse hatte, Julian Reichelt zu kicken. Ich will damit nicht sagen, dass diese ganzen Storys nicht unbedingt stimmen. Ich finde aber manchmal das Timing interessant, wann man sozusagen beschließt, Sachen zu veröffentlichen. Also ich glaube, das war doch gerade, hatte da nicht irgendwer die aufgekauft? Wenn jemand das im Chat genauer weiß, sagt es gerne genau. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird, aber nichtsdestotrotz würde ich nicht leugnen, dass das nicht unbedingt gestimmt hat. Ja, ein US-Konzern, ne? Ich meine nämlich auch, dass irgendein US-Konzern... Springer hat Politico gekauft und daher keinen Bock auf Skandale. Skandale. Ah, okay, kann auch sein. Springer hat die US-Nachrichtenseite gekauft, weiß gerade nicht, wie die hieß. Genau, Politico. Vorm Arbeitsgericht an der Verlag gegen Reichelt verloren. Vorm Arbeitsgericht... Die Vorwürfe waren wohl eher semi gewesen. Okay, vielleicht wollten die den auch aus Sicherheit raus haben, weil so ein Skandal in den USA natürlich nochmal ein viel größeres Ding wäre. Also vielleicht war es so, also es ist jetzt einfach nur meine Idee, Meinung, mein Gefahr, so gelaber. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass Julian Reichelt schon immer schwierig war, was den Umgang mit Frauen am Arbeitsplatz anging. Und die sich gedacht haben, jo, wenn wir jetzt noch in den USA mitmischen, wäre das ein riesiger Skandal, noch viel größerer, als es in Deutschland wäre. Und deswegen kicken wir den jetzt. Finde ich interessant. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin ich überhaupt kein Fan von Julian Reichelt, um das auch nochmal gesagt zu haben. Er bestreitet bis heute solche Vorwürfe. Genau, ihr schreibt es nämlich, weil USA versteht halt gar keinen Spaß mit MeToo. Auch da die Gerichte und sowas, ja. Okay. Er hat auf jeden Fall die Fäden gezogen und er war in der mächtigeren Position. Musste ja irgendwie mitmachen, um weiterzukommen und es ist wahrscheinlich so eine Art Spiel, was man spielt. Aber er ist natürlich der König in diesem Spiel. Wir können euch an dieser Stelle den Spotify-Podcast Boys Club empfehlen, der das Machtsystem bei BILD und dem dahinterstehenden Axel Springer Verlag eindrucksvoll aufschlüsselt. Siehe auch unser Video zu den geleakten Nachrichten von Springer-Chef Matthias Döpfner. Die Beziehung zwischen ihm und Reichelt war ziemlich spicy. Döpfner soll Reichelt zum Beispiel... Uh, eine spicy Beziehung. ...spiel angewiesen haben, zur letzten Bundestagswahl die FDP zu pushen. Als Reichelt rausfliegt, wird es einige Wochen lang ruhig um ihn. Doch hinter den Kulissen plant er längst sein Comeback. Ich bin gespannt. Am 28. März 2022 gründet Julian Reichelt die Roammedien GmbH als alleiniger Geschäftsführer. Zwei Wochen später kommt das erste Video. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Freitag und die Impfpflicht ist krachend gescheitert. Das sollte eigentlich ein Grund zu feiern sein, ist es aber nicht. Geplant hatte die Amperegierung nicht weniger als den größten politischen Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Gut 20 Videos und zweieinhalb Monate später verschwindet der Wohnzimmer-Greenscreen-Look, die Brusthaare werden eingepackt und ab dem 5. Juli wird es auf einen Schlag professionell. Der Sound und das Licht ist besser. Es gibt Animationen im Hintergrund und Bauchbinden. Die Thumbnails... Ich finde es so krass, dass egal, was jetzt passiert ist, also eventuell ist ja ein Investor eingestiegen, aber selbst wenn kein Investor eingestiegen wäre, ne, wie wack kann man etwas produzieren? Und dann so, lol, Junge, jeder 13-jährige Teenager bekommt es hin, einigermaßen professionell sich vor ein Fenster zu setzen, um einigermaßen gut beleuchtet zu sein, vielleicht noch einen Hintergrund einzublenden oder einen Greenscreen oder einfach einen sauberen, weißen Hintergrund und ordentlich in einem Video auszusehen. Also das ist halt so, als ob du so 2003 versucht hast, was selbst zu produzieren. Wir haben 2023. Ich weiß auch nicht. Wie kann man als Journalist, der in so einem großen Unternehmen an der Chefposition saß, so schlecht sein, wenn es darum geht, eigene Videos zu produzieren? Animationen im Hintergrund und Bauchbinden. Die Thumbnails sind wohl von seinem Ex-Arbeitgeber inspiriert. Reichelt baut eine eigene... Das ist auch schlecht. Wie kann man so beschissene Thumbnails machen? Sorry. Viel zu viel Text. Da weiß jeder YouTuber, ey, das zieht nicht, wenn du so viel Text auf einem Thumbnail hast. Weil Thumbnails ja teilweise nur daumengroß angezeigt werden. Deswegen heißt es ja Thumbnail, Daumennagel. Da müssen drei, vier Worte reichen. Also ich sag mal so, es kriegt ja trotzdem gut Klicks, aber es könnte wahrscheinlich sogar noch besser performen, wenn da irgendjemand Ahnung hätte. Also hier, die Maulkorbministerin Habecks eiskaltes Geständnis. Hier wird es schon besser, würde ich sagen, was die Thumbnails betrifft. Und man sieht es auch, außer hier... Okay, man sieht es nicht so sehr, was die Klicks betrifft. Naja, egal. Weiter geht's. ... sind wohl von seinem Ex-Arbeitgeber inspiriert. Reichelt baut eine eigene Redaktion auf. Ein wahres Dream-Team. Einige Mitarbeiter kommen, wie er, von der BILD. Zum Beispiel Ex-BILD-Parlamentsreporter Ralf Schuler, der bei Reichelt einen eigenen Interviewkanal bekommt. Schuler fragen, was ist. Bei der BILD wollte er nicht weiter unter dieser Flagge arbeiten. Auch Judith Basart ist bei BILD raus, weil die Zeitung vor der Vogue-Bewegung eingeknickt sei. Dazu kommt Sebastian Vorbach. Er moderiert bei Reichelt ebenfalls einen eigenen Kanal. Stimmt, der Nachrichten-Talk. Bei BILD TV war Vorbach zuletzt für die Talksendung Viertel nach Acht zuständig. Viertel nach Acht hat Reichelt erfunden und die Parallelen zu Stimmt sind, naja, kaum zu leugnen. Reichelt erfunden und die Parallelen zu Stimmt sind, naja, kaum zu leugnen. Andere kommen von der Welt oder Lokalzeitungen. Ich muss sagen, pass mal auf, pass mal auf. Ich glaube, sie hier, Giovanna Winterfeld und Emily Brummel, die sind mir das allererste Mal auf TikTok aufgefallen. Und ich plaudere jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen. Ich habe auf TikTok vor ein paar Monaten schon auf einmal diese beiden Mädels gesehen, die vor einem Blue Screen oder vor einem blauen Hintergrund Videos gemacht haben. Und da war noch nichts von Julian Reichelt, Nios oder irgendwelchen Sendern in der Beschreibung verlinkt. Also da war nicht so, hey, guckt, klickt hier, um die ganzen Videos zu sehen. Wir sind von Nios oder wir sind vom Sender XY. Die wirkten wie Privatmenschen. Und ich habe mir das angeguckt und dachte so, okay, krass, interessant, dass auf TikTok Privatmenschen sich so äußern. Das habe ich lange nicht gesehen. Was meine ich mit so äußern? Teilweise sehr wilde Thesen und teilweise sehr, wie kann man das sagen, krass formuliert. Also so, wie es heutzutage wenige Leute formulieren würden. Sehr politisch unkorrekt, aber auch auf eine teilweise komische Art und Weise. Populistisch vielleicht, könnte man es so nennen, ja. Und ich war so, ha, interessant, mal sehen. Also was sind das denn für zwei Mädels? Mal sehen, wie die sich weiterentwickeln. Und dann lerne ich auf einmal nach ein paar Wochen, alles klar, das ist einfach alles von so einem Newsmagazin, was erstmal Reichweite gewinnen wollte, ohne unter einer Flagge zu stehen. Und in Wirklichkeit sind das gar keine Privatmädels, sondern das sind einfach irgendwelche Journalisten, die für dieses Magazin arbeiten und einfach nur viel Bass generieren wollten. Jan Karon war unter anderem für Weiß und den RBB aktiv. Nach diesem Tweet im Herbst letztes Jahr war er beim RBB raus. Er wurde sogar aus... Was hat er getweetet? Somalia ist ein... Ach du Scheiße. Ähm, okay. Äh. Nach diesem Tweet im Herbst letztes Jahr war er beim RBB raus. Er wurde sogar aus einer Doku geschnitten, die er moderiert hat. Bei Reichelt leitet er jetzt die Reporte-Einheit und beschreibt seine neue Redaktion in einem Interview so. Es sind Leute, die mit der Migrationskrise nicht einverstanden waren. Es sind Leute, die mit der, ja, Corona-Politik gebrochen haben. Die Backgrounds sind verschiedener, aber es ist keine rechte Kampftruppe. Und es ist auch irgendwie kein Treff von... Also Leute denken dann ja wirklich irgendwie, da sitzen Neonazis. Und das Gegenteil ist wirklich wahr. Das kann ich hier sagen. Zum Start kommen auf jeden Fall einige aus Reichels Team von rechtspopulistischen Meinungsportalen wie Achse des Guten oder Tichys Einblick. Von Tichys Jugendmagazin Apollo News wurde wohl nahezu das gesamte Team zu Reichelt-Autoren. Bei diesen Seiten hat das System unbelegte, irreführende und aus dem Zusammenhang gerissene Informationen zu teilen. Häufig zu Themen wie dem Klimawandel, Migration und in den letzten Jahren Corona. Achse des Guten landet in einem Ranking der einflussreichsten deutschen Desinformationsseiten auf Platz 3. Ich muss ehrlich gesagt sagen, habe ich noch nie gehört. Ich freue mich, dass ich mich auf solchen Seiten nicht rumtreibe. Aber ich habe auch vielleicht mal irgendwo gehört, aber jetzt nicht aktiv im Kopf gehabt. Direkt hinter RT Deutsch. Von diesen Autoren alternativer Medien sind heute anscheinend wenig übrig. Weiter im Team ist Annabelle Schunke. Neben Tichys Einblick und Achse des Guten schreibt sie vor allem für die rechtspopulistische Weltwoche und zählt wohl zu den wichtigsten neurechten Influencern in Deutschland. Weltwoche und zählt... Annabelle Schunke. Neos, aha, Twitter ist ein Handy, ein Konsum-Reminder. Wohl zu den wichtigsten neurechten Influencern in Deutschland. Alternative Medien mit klassischen Fake News oder Verschwörungsgeschwurbel passen auch eigentlich gar nicht so richtig zu Reichelt. Sowas lässt der andere machen, dazu später mehr. Er macht etwas anderes. Das ist eine One-Man-Talkshow, ein Kanal, der keinen Journalismus betreibt, sondern eher auf Krawalljournalismus setzt. Also Reichelt arbeitet so, dass er eine empirische Tatsache, eine Tatsachenbehauptung, die durchaus stimmt, grenzenlos in die Länge zieht und dabei mit populistischer Agitation verknüpft. Das heißt, normalerweise lügt er nicht. Also er macht nicht das, was wir aus verschwörungstheoretischen Medien kennen. Markus Linden ist Politikwissenschaftler... Beispiel. Ich brauche jetzt hier ein Beispiel. ...an der Universität Trier und forst schon lange zu alternativen Medien. Er beobachtet Reichels YouTube-Kanäle seit ihrer Entstehung. Reichelt hat laut ihm immer das gleiche Vorgehen. Also eine Sache wird nie von zwei Seiten betrachtet. Eine Sache wird immer skandalisiert und immer wird ein Feindbild produziert. Dieses Feindbild, das sind die Herrschenden, in Anführungszeichen. Und diese herrschende Elite wird immer in Verbindung gebracht mit der Partei Die Grünen, die als Hassobjekt fungiert. Die Grüne Partei verwandelt unser Land in eine wirtschaftliche Wüste ihres ideologischen Wahnsinns. Wir sind in die Hände von Verrückten geraten. Bei Emilia Fester und der Grünen Partei haben wir es mit einer größenwahnsinnigen Machtelite zu tun, die nicht regieren, sondern herrschen will über uns. Sie blicken auf uns als Untertanen. Erinnern Sie sich noch an diese Werbung? Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Aber für die grünen Soja-Fetischisten ist diese Werbung kurz vor Volksverhetzung. Reichelt emotionalisiert und skandalisiert. Er lügt zwar nicht offensichtlich, lässt aber gerne mal Details weg und sowieso sind an allem die Eliten die Grünen schuld. Ja, sehe ich komplett, dass das Bullshit teilweise auf jeden Fall ist. Was ich mich an der Stelle frage ist, warum kommt es gut an? Also gerade dieses Soja-Fetischist-Zeug, das macht mich ja persönlich richtig aggressiv, weil ich generell, ich sag mal so, Leute, die Fleischkonsum überhaupt nicht hinterfragen und ganz stringent, prinzipiell, Fleisch ist mein Recht, Fleisch ist wichtig, Fleisch ist egal in welcher Form geil, egal aus welcher Haltung, Hauptsache ich kann es im Supermarkt billig kaufen. Ich sag's jetzt, wie es ist, diese Menschen sind mir einfach suspekt, weil da denke ich, da muss eine kleine Intelligenzminderung oder irgendwas im Kopf sein, dass du null das mal von einer anderen Perspektive beleuchten kannst. Du kannst ja sagen, ey, trotzdem, der Mensch ist dafür gemacht, Fleisch zu essen und wir sollten ab und zu Fleisch konsumieren und ich bin voll dafür. Das kannst du ja alles sagen, aber das Ganze null zu hinterfragen, überhaupt nicht mal über Massentierhaltung und alles Mögliche nachzudenken, da fehlt es irgendwo an emotionaler Intelligenz und ich würde auch sagen, eigentlich an dem normalen Hinterfragen, das ist dann irgendwie so, ich laufe ganz blind irgendwelchen Parolen hinterher, ich check's wirklich nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, warum kommt es so gut an, wie er hier gegen die Grünen generell schießt? Ich würde mal behaupten, auch wenn er halt das so populistisch macht und eklig und überzeichnet, gibt es halt viele Leute, die einfach ein Problem haben mit den Dingen, wie sie gerade laufen in Deutschland und damit meine ich jetzt noch nicht mal die grüne Regierung, aber dann werden halt immer die angekackt, die gerade in der Regierung sind. Ich nenne euch mal ein Beispiel, damit ich hier nicht wieder missverstanden werde, aber mittlerweile ist mir auch scheißegal, versteht mich doch alle miss. Ich bin jetzt am Wochenende mit der Bahn gefahren und es war eine Vollkatastrophe. Wer mir auf Instagram folgt, hat es mitbekommen so ein bisschen. Die erste Bahn verspätet, die zweite Bahn eigentlich noch gerade so bekommen müssen, über den ganzen Bahnhof gerannt, die ist aber dann verfrüht abgefahren, stand falsch in der App drin, Sitzplatzreservierung, alles verloren, in die nächste Bahn eingestiegen, schon kalkuliert, okay, man kommt brutal viel später an. In der nächsten Bahn fallen die Halte, zu denen ich muss, also die letzten zwei, drei Halte fallen aus. Man muss wieder umsteigen, muss irgendwo mitten in der Nacht an einem Bahnhof in Nürnberg stehen, was weiß ich, und kommt dann irgendwann viel später, als man eigentlich geplant hatte, an. Das hat nichts mit der aktuellen Regierung zu tun. Das hat mit der Deutschen Bahn zu tun. Aber als ich da in der Bahn saß, dachte ich mir so, das ist so ein Punkt, wo jetzt sich der kleine Mann und die kleine Frau denkt, ich hasse alles. Ich hasse es, ich hasse es. Und da kriegt man Wut, da kriegt man Wut auf die Verantwortlichen. Und da kriegt man im Zweifelsfall, wenn einem sowas jeden zweiten Tag passiert und wenn sowas einem in anderen Lebensbereichen passiert, wenn man auf einmal die Stromrechnung bekommt, die das Dreifache kostet, wenn man auf einmal in den Supermarkt geht und das Fünffache für Klopapier ausgeben muss. Da bekommt man Hass auf die da oben. Selbst wenn die da oben dafür vielleicht nicht verantwortlich sind. Und ich glaube, deswegen findet das hier so einen Anklang. Das Schlimme ist halt, dass es immer in diese Richtung abdriftet. Also die Öffentlich-Rechtlichen lassen sich die Butter vom Brot nehmen, weil die das meiner Ansicht nach zu wenig kritisieren. Ich sage es ganz ehrlich, mir sind die Öffentlich-Rechtlichen zu wenig kritisch in manchen Hinsichten. Und dann kommen aber solche Magazine hier an und nehmen sich die Butter von deren Brot und drehen das aber auf so einen Pseudo-in-Verschwörungsrichtung-abdriftenden Schwachsinn. Und ich nehme das zusehends wahr und ich muss sagen, ich kriege Schiss, weil das sich in solche Extreme bewegt. Weiß auch nicht. Ich bin angry. Und dadurch, dass Parteien wie die AfD genau diesen Hass aufnehmen, haben die so einen Zulauf. Ich finde, andere Parteien haben den Kontakt zu den Wählern verloren. Und das ist halt das Ding. Es gibt niemanden mehr, der, wie soll ich sagen, der das abbildet, was viele Leute hören wollen, ohne in diese populistische Richtung abzudriften. Und das macht mir wirklich Sorge. Aber jetzt reagieren wir erst mal weiter, bevor ich hier mich mit dem Mund fusselig rede. Aber für die grünen Soja-Fetischisten ist diese Werbung kurz vor Volksverhetzung. Reichelt emotionalisiert und skandalisiert. Er lügt zwar nicht offensichtlich, lässt aber gerne mal Details weg und sowieso sind an allem die Eliten die Grünen schuld. Seine sonstigen Lieblingsthemen lassen sich schon am Intro ablesen. Wir sind das Volk springt sofort ins Auge. Spätestens seit Pegida wird diese Parole immer wieder von rechten Bewegungen vereinnahmt, auch von der AfD. Dann viel Schwarz-Rot-Gold, Schals-Deutschland-Flaggen, offensichtlich Fußballfans. Reichelt baut keinen Sportsender auf. Hier geht es um Deutschland, um Patriotismus. Dann noch Kinder, Frauen, Männer vor einem idyllischen Dorf mit Kirchturm. Man erkennt einige Frauen mit Kopftüchern, vermutlich sollen es Geflüchtete sein. Aber bestimmt nicht, weil Reichelt Refugees so gern willkommen heißt. Deutschland sollte eines der attraktivsten Länder der Welt sein für fleißige, extrem begabte, extrem qualifizierte Menschen. Tatsächlich aber sind wir das attraktivste Land der Welt für sehr faule, komplett unqualifizierte Menschen, für Menschen ohne jegliche Bildung. Der Sehnsuchtsort, man muss es so sagen, für Analphabeten. Der Tag, an dem eine grüne Voodoo-Ideologie von Wind und Sonne, die Sonne schickt keine Rechnung, über Vernunft, Ingenieurskunst und über Lebensinstinkt unseres Landes siegt. Wenn Sie wollen, dass Ihr Land bleibt, wie es ist oder vielleicht sogar wieder wird, wie es mal war, dann sind Sie ein Rassist. Mein Name ist übrigens Julian Reichelt, meine Pronomen sind i, she, et. Reichelt zielt damit auf ein Publikum, das man kennt zum Beispiel als Publikum der Bild-Zeitung, also ein völlig normales, vielleicht populismusaffines Publikum, eher konservativer Natur. Reichelt möchte aber auch ideologisch gesinnte Menschen oder ideologisch gefestigtere Menschen aus der neuen Rechten oder die dem Rechtsextremismus vielleicht zugeneigt sind erreichen. Das heißt, mit seinem Programm stellt er so eine Art Scharnier dar zwischen dem klassischen Konservatismus und der neuen Rechten und dem Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus. Ein Scharnier verbindet etwas. Aber guck mal hier, K. Gui, oder wie man den Namen auch ausspricht, schreibt hier gerade in den Chat, Bild-Zeitung, völlig normales Publikum und dann in Anführungszeichen LOL. Das ist halt das Problem und ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber tatsächlich gibt es ganz viele Menschen in Deutschland und ich weiß, je nachdem aus welcher Bubble man bekommt, kriegt man das nicht mit. Aber es gibt ganz viele Leute, für die ist die Bild-Zeitung einfach eine Zeitung und das sind keine Rechtsradikalen und das sind auch keine komplett blöden Menschen, sondern das sind einfach Menschen, die sich einfach aus diversen Gründen, sei es weil das Bildungsniveau nicht so hoch ist oder weil sie einfach nicht so affin sind zu langen, komplexen Texten, die lesen sich nicht die Zeit durch und die lesen nicht die Süddeutsche oder die FAZ, weil das einfach nicht in deren Welt stattfindet. Die lesen eben lieber sowas wie die Bild und ich finde es halt gefährlich, das so abzutun und zu sagen, ja, das sind eh schon alles komplett loste Menschen, weil das sind ja genau die, die man verliert, wenn man das Ganze so in die Ecke stellt. Ich hoffe, dass es, äh, ihr checkt, was ich meine. Reichelt macht das sehr kalkuliert. Das ist halt das, oh, das ist eine schöne Grafik, passt mal auf. Das sehen wir, wenn wir Reichelt angucken. Das hier hingegen... Es wäre eigentlich die Aufgabe, finde ich persönlich, vieler Medien, diesen Teil hier stärker von diesem Teil hier abzuspalten, indem man alle Bedenken, Ideen, Fragen dieser Blase versucht ernst zu nehmen, ohne sie näher an diese Blase ranzudrücken. Und wir haben es jetzt vor ein paar Tagen gehabt oder Wochen in der Feminismus-Doku, Antifeminismus-Doku von Y-Kollektiv. Da ist nämlich eben genau das nicht passiert. Da hat man teilweise die hier genommen und teilweise auch noch die, die hier ungefähr auf dem Spektrum waren und die alle in die Richtung gedrückt. Und eigentlich müsste man hier trennscharf trennen und auch mal die unangenehmen Punkte hier in der Ecke ansprechen, ernst nehmen, drüber nachdenken. Ich hoffe. Ich höre jetzt auf zu sagen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil entweder ihr versteht es oder ihr versteht es nicht. Sie soll näher zusammenrücken. Reichelt macht das sehr kalkuliert. Also dieses Portal ist nicht als journalistisches Portal zu verstehen, sondern als das Portal eines Aktivisten, der seine konservativ-rechtspopulistische Gesinnung unter die Bevölkerung bringen möchte und damit sozusagen auch den Diskursraum beeinflussen möchte. Gesinnungen und Ideologien sind dabei vor allem Dinge, die Reichelt gerne bei anderen kritisiert. Grüne und große Teile der SPD sind Ideologen. Das wissen wir, ihr politischer Kurs hat verheerende Folgen für unser Land. Die Wärmewende ist auf Lügen gebaut. Lügen sind die Argumente der Ideologen. Unsere Sprache ist einem historischen Angriff skrupelloser, machtbesessener Ideologen ausgeliefert. Sie sitzen in allen Institutionen, in der Regierung, in Behörden, an Gerichten, in den Medien. Welche extremen Gesinnungen es bei Achtung Reichelt gibt, lässt sich an regelmäßigen Gästen beobachten. Reichelt selbst hält sich mit bestimmten Aussagen zurück, womöglich um nicht als Schwurbler zu gelten. Diese Grenzen überschreiten andere für ihn. Okay, die Gäste. Eva Fladinger-Brook ist Niederländerin und rechte Meinungsinfluencerin. Eliten und Globalisten gehören zu ihren Lieblingsfeinden. Ich lasse mich nicht manipulieren von diesen Globalisten, die eine sehr schlimme Agenda haben. Und dass ich dagegen bin, ist eine ganz normale Sache. Okay, habe ich noch nie gehört. Gloria von Ton und Taxis. Irgendwie der Name sagt mir was. Ton und Taxis wäre, glaube ich, auch eine Adelsfamilie gewesen. Gloria von Ton und Taxis kennt ihr vielleicht von diesem Clip aus den 2000ern. Nein, Frau Afrika hat Probleme nicht wegen der Verhütung. Da sterben die Leute an Aids. Weil sie zu viel schnachseln. Der Schwarze schnachselt gerne. Sie ist klassisch Boulevard. Z-Promifürstin. Ist gelegentlich auch bei der BILD und dort wird ihr sogar manchmal widersprochen. Yay. Beide tauchen seit Juli letztes Jahr bei Achtung Reichelt auf. Bei ihm können sie ihre Unwahrung... What the fuck? Der Chat schreibt es. What the fuck? Oh mein Gott. ...ungefiltert raushauen. Er sitzt nur grinsend und nickend daneben. Das war der kälteste Winter in den USA seit 50 Jahren. Klar heißt das jetzt nicht mehr Global Warming. Jetzt haben sie es verändert. Jetzt heißt es Climate Change. Es ist alles Lug und Trug. Was kommt von Re... Oh, ich finde die Krise. Oh, okay. Sie als Waldbesitzerin. Was können Sie Robert Habeck darüber sagen? Wie viel Wald wir noch haben? Haben wir noch genug Wald in Deutschland oder wird es langsam eng? Laut von Ton und Taxis ist natürlich alles gut. In Brasilien sei der Amazonas auch perfekt geschützt. Sie als Waldbesitzerin. Wurde ihr Wald schon abgeholzt? Können Sie es mir sagen? Sie sind ja scheinbar die Expertin. Das sei alles grüne Propaganda. Beides ist brutal verkürzt bis gelogen. Das Waldsterben in Deutschland ist eine harte Realität und im Amazonas werden weiterhin Rekordflächen gerodet. Reichelt ignoriert das völlig und lenkt das Thema auf Habeck und immer so weiter. Eva Fladinger-Brook durfte sogar Werbung für einen Dokumentarfilm machen, der nachweislich voller Desinformation ist. In dem Film werden Personen gezeigt, die angeblich an ihrer Covid-19-Impfung gestorben sind. Doch viele von ihnen leben in Wahrheit noch oder sind zumindest nicht an der Impfung gestorben. Es geht aber noch weiter. Fladinger-Brook bezieht sich bei Reichelt auch einmal auf eine rechtsextreme Kampagne. Alter, sie ist ja wirklich seine Lieblingsinterview-Partnerin. Die haben wir jetzt ja schon in so vielen Settings gesehen. Ich glaube, dass es vor einigen Jahren in Deutschland schon eine Organisation gab, 120 Dezibel. Es waren alle Frauen, die gesagt haben, es gibt ein Problem, wenn es geht um Einwanderer und die Freiheit von Frauen, die Sicherheit von Frauen. 120 Dezibel war ein Pendant zu MeToo, initiiert allerdings von der rechtsextremen Identitären Bewegung um Martin Sellner. Fladinger-Brook bewegt sich offensichtlich in diesen Kreisen. Sie ist mit Brittany Sellner befreundet. Fladinger-Brook bedient auch bei Reichelt entsprechende Themen. Das sind rechtsextremistische Aussagen. Wir wollen an dieser Stelle kurz festhalten. Achtung, Reichelt ist nicht live. Solche Aussagen könnten sie jederzeit herausschneiden. Machen sie aber nicht. Reichelt widerspricht ja auch nicht. Naja, vielleicht ist er auch technisch nicht begabt genug. Wir haben ja am Anfang seine anfänglichen Videos gesehen. Spaß beiseite. Er nickt nur und macht weiter in seinem Skript. Wer solche rechtsextremistischen Aussagen über seinen Sender laufen lässt, macht dies laut Markus Linden mit voller Absicht. Mutmaßlich, um neben Konservativen eben ein noch größeres Publikum noch weiter rechts anzusprechen. Zum Beispiel Fans der AfD. Wenn man sich die Kommentarspalten unter vielen Videos aus den letzten Monaten anschaut, scheint das auch zu klappen. Und das, obwohl die AfD bei Reichelt lange nur eine Randnotiz war. Sie wurde kaum bis gar nicht thematisiert. Doch inzwischen hat sich das geändert. Reichelt hat im Juni sogar eine längere Doku veröffentlicht über das Umfragehoch der AfD. So, und jetzt sage ich an der Stelle meine privatpersönliche Story mit Nios. Dieses Magazin hat auf TikTok einen Ausschnitt von mir gepostet, wo ich auf die eben besagte Antifeminismus-Doku vom White-Kollektiv reagiert habe, die ich ja kritisiert habe. Und sie haben es, sage ich mal so, aus dem Zusammenhang geschnitten und halt nur natürlich ein paar Sachen dringelassen, die in ihre Perspektive passen. Und dann halt bei sich auf dem Kanal gepostet. Erstmal ohne Quellenangabe und halt, wie gesagt, einfach aus dem Zusammenhang geschnitten in einer Form, in der ich es nicht okay fand. Mir wurde es dann zugeschickt, das Ding ist, auf TikTok was aus dem Netz zu bekommen, ist eigentlich unmöglich. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe schon öfter versucht, auf TikTok Sachen zu melden. Es gab Leute, die haben meinen Content geklaut, da hochgeladen. Habe ich versucht zu melden. Es gab Leute, die haben von mir YouTube-Ausschnitte genommen und genauso haben die jetzt halt von mir einen Ausschnitt genommen. Ich sage mal so, bis jetzt ist nichts passiert und ich bezweifle auch das, was passieren wird. Aber ich kann an der Stelle ganz fett sagen, es ist nicht in meinem Einverständnis passiert. Wenn ich die Zeit und die Mittel hätte, würde ich wahrscheinlich dagegen vorgehen. Aber ich habe die Zeit und die Mittel nicht und auch keinen Bock auf gerichtliche Angelegenheiten. Aber finde ich einfach nicht cool. An der Stelle seltenes Mal gesorgt, ne? Linden ist diese Umpositionierung ebenfalls aufgefallen. Bei Reichelt stelle ich eine gewisse Nervosität fest. Ich glaube, dass ihm der Erfolg dieses Programms ein bisschen zu wenig ist. Er dachte, das geht eher durch die Decke. Und diese Nervosität zeigt sich darauf, dass er die AfD etwas positiver framed mittlerweile. Bei Reichelt war es in der Anfangszeit so, dass er sich immer antitotalitär und antidiktatorisch gab. Der Umgang mit der AfD und ihren besonders rechten Position ist mutmaßlich die größte Gratwanderung für Reichelt. Doch wer könnte Interesse daran haben, dass Reichelt rechte Narrative normalisiert, solche Themen im öffentlichen Diskurs pusht? Auch wenn Julian Reichelt nicht gerne darüber spricht. Die finanzielle Situation dieser Unternehmung ist vertraulich. Daran werde ich mich halten. Wir müssen über die Finanzierung von Roamedien und ihren Kanälen sprechen. Die Produktion, das Team, Studio, Technik kosten viel Geld. AdSense dürfte kaum genug Einnahmen einbringen. Dafür hat Reichelt einen milliardenschweren Sponsor für sich gefunden. Mit engen Verbindungen zur CDU. Das ist Frank Gotthard. Er lebt in Koblenz und gehört zu den 100 reichsten Deutschen, dank seines Familienvermögens von 2020 geschätzt über 1,4 Milliarden Euro. Er hat die Firma Compu Group Medical aufgebaut, die Software für die Medizinbranche entwickelt. Er sammelt Oldtimer, ihm gehört ein Sportclub, ein Luxushotel, er hat eine alte Klinik in Venedig gekauft, ein paar regionale Fernsehsender gehören ihm auch. Naja, und er soll Julian Reichelt's neues Medienimperium bezahlen. Also wir wissen nicht, wer ihm vielleicht noch Geld gibt, aber wir wissen, dass dabei eine ganz große zentrale Rolle Frank Gotthard spielt. Lars Wienand ist Investigativjournalist bei T-Online. Er hat als einer der ersten Verbindungen zwischen Reichelt und Gotthard aufgedeckt. Ich bin mir sehr sicher, dass es Gotthard ist. Es gibt so viele Querverbindungen, Räumlichkeiten, Handelsregister, Markenregistrierungen, die alle dann wieder bei ihm zusammenlaufen, dass ich absolut sicher bin, dass er dabei ist. Es ist Mitte Januar 2022, ein paar Monate bevor Reichelt seine Firma gründet. Lars bekommt einen Tipp. Reichelt und Gotthard sollen sich in dessen eigenem Nobelrestaurant in Koblenz treffen. Lars setzt sich an dem Tag in das Restaurant. Die Zeit wusste ich nicht. Das heißt, ich habe mir sehr viel Zeit beim Essen gelassen und habe gehofft, dass sie tatsächlich auch kommen. Das ist ja saugeil, wenn das dein Job ist. Bist du so beim dritten Gang so, kann es eigentlich gar nicht mehr, muss hier noch einen Nachtisch reinfahren. Es ist dann da und Zeit verging und dann tatsächlich kam die Gruppe, ist geschlossen, ist dann durch das Restaurant durch, durch so eine Glastür, die sich dann hinter ihnen auch wieder geschlossen hat, mit Milchglas-Scheibe, wo man so nicht so richtig reingucken kann. Was ich dann gemacht habe, ist, ich bin mit Handykamera in der Hand mal auf Toilette gegangen und habe im Vorbeigehen durch die Glastür durch versucht, Aufnahmen zu machen. Die sind nicht so gut geworden. Mit diesem Treffen beginnt Lars Recherche und er findet immer mehr Verbindungen zu Gotthard. Was auch noch eine ganz starke Verbindung hindeutete, ist, dass Julian Reichelt für Unternehmensangelegenheit bei einem Notar in Koblenz war, der in der Koblenzer CDU sehr stark engagiert ist und auch der Notar von Frank Gotthard für dessen Unternehmen ist. Doch Reichelt und Gotthard teilen sich nicht nur den Notar, sondern sogar eine Adresse, die ***straße *** in Berlin. Also es hat sich dann damals schon herausgestellt, dass Reichelt so Medien in Räumen waren, die der CompuGroup gehören. Das war schon ein starkes Indiz. Gotthards Firma ist also mindestens der Vermieter von Reichelt. Doch offensichtlich ist das nicht die einzige Geschäftsbeziehung. Reichelt verlangt Themenvorschläge von seinen Zuschauern an die Mailadresse social-at-views.com. Außerdem, dazu kommen wir später, veröffentlicht er seine Videos seit Juli unter der Marke News. Beides führt zu Gotthard. Es gibt einige Marken wie die News und die Views und ich habe im europäischen Markenregister nachgeschaut und da findet man dann wieder eine Verbindung zu Gotthards Hotel. Jemand aus dem Hotel ist derjenige, der die Marken registriert hat. Wir könnten nun ewig so weitermachen. Die Verbindungen zwischen Reichelt und Gotthard reißen nicht ab. Sie führen sogar noch weiter. In die CDU. So, bei Herrn Gotthard ist es so, dass er der CDU verbunden ist, dass er dort im Wirtschaftsrat der CDU Funktion hatte, heute in Rheinland-Pfalz noch Ehrenvorsitzender ist. Und der Wirtschaftsrat, der ist jetzt eher nicht der linke Flügel der CDU und aus der Zeit ist er auch eng verbunden gewesen mit Michael Fuchs, der in der CDU eine wichtige Rolle spielte. Michael Fuchs war auch im Aufsichtsrat von Gotthards Unternehmen. Im Dezember letzten Jahres ist Michael Fuchs gestorben. Gotthards Firma hat Trauerbekundungen geschickt und Julian Reichelt ebenfalls. Reichelt bedankt sich bei Fuchs für die Unterstützung in den letzten Monaten. Hat er vielleicht einen Kontakt zu Gotthard hergestellt oder war es doch Gotthards Sohn, wie Medieninsider erfahren haben will? Julian Reichelt wollte uns dazu nichts sagen. Er findet, für seine Firma sei die Finanzierung durch Gotthard egal. Sie können fest davon ausgehen, dass die Dinge, die ich da sage und die sehr viele Menschen sehr gefallen, dass die vollends meiner Überzeugung entsprechen und ich nicht die Marionette von irgendeinem Milliardär bin. Aber mal ganz kurz, wenn er so mit der CDU verbandelt ist, warum pushen die dann nicht die CDU mehr? Warum pushen die so krass AfD laut Simplicissimus? Wie gesagt, ich habe es mir gerade nicht angeguckt. Oder warum pushen sie gar keinen? Pushen sie AfD in der Hoffnung, dass die CDU irgendwann mit denen koaliert? Oder pushen die AfD in der Hoffnung, dass die CDU sich mehr auf ihre konservativen Wähler wieder besinnt und einschießt, um die CDU wieder konservativer zu machen? Sie pushen niemanden, sie schwächen nur die Grünen. Na gut, kann auch sein, dass das vielleicht erstmal der Sinn ist. Interessant. Das sind jetzt auch nur Fragen, die ich mir stelle, wenn ich das hier so sehe. Ist das so? Gotthard hat kein Interesse daran, selbst in die Politik zu gehen. Er verfolgt laut Wienand wahrscheinlich einen anderen Plan. Ich glaube, es ist eher so, dass er gerne auf Politiker Einfluss nimmt, auf die Art auch denkt, Politik gestalten zu können oder durch seine Unterstützung da vielleicht dann auch mitreden zu können. Dafür benutzt er... Na klar, vielleicht ist es auch nur ein scheiß Hobby. So ganz ehrlich, wenn du so fucking reich bist, vielleicht denkst du dir dann irgendwann, wenn du die zehnte Luxusvilla besessen hast und den 15. Urlaub auf der Luxusjacht verbracht hast, ach so, was mach ich jetzt? Jetzt push ich einfach mal Julian Reichelt mit seinem Kanal und guck mal, was da so abgeht. Er mutmaßlich reichelt. Denn das große Geld will Gotthard mit Reichelt's Angeboten wohl nicht verdienen. Im Umfeld von Roamedian heißt es, sein Engagement solle viel mehr ideologische Motive haben. Der Unternehmer halte konservativen Journalismus für bedeutend und wolle Reichelt deshalb fördern. Der Zeitpunkt dieser Förderung trifft sich überraschend gut. Die CDU steckt seit Jahren in einem großen Richtungsstreit. Wie soll sich die Partei aufstellen? Mit welchen Positionen nach vorne preschen? Ich hab's doch grad gesagt, ne? Vielleicht ist der Sinn, die CDU konservativer zu machen. Oder die Hoffnung. Es heißt immer wieder, unter Angela Merkel habe sich die CDU nach links verschoben. Zum Beispiel durch den Atomausstieg, die Ehe für alle, die Aufnahme von vielen Geflüchteten nach 2015, die Abschaffung der Wehrpflicht. Ein Kurs, hinter dem zum Beispiel Armin Laschet oder sein Nachfolger als NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst stehen. Wüst könnte ein potenzieller CDU-Kanzlerkandidat 2025 werden. Er meint zum Beispiel, das Konservative wäre nie der Markenkern der CDU gewesen. Konservative CDUler dürften das anders sehen. Naja, ich sag mal so, wenn in deinem Namen christlich steht, für mich gibt es ehrlich gesagt kaum was konservativeres als die traditionellen alteingesessenen Religionen. Weil das ist ja, na, es kommt halt drauf an, wie man den Begriff konservativ definiert, ne? Aber wenn man die Definition an Traditionen festhalten, an alten Werten festhalten, sich an Dingen, also sich an, also so an Traditionen festhalten, ohne die zu hinterfragen und so, dann ist es ja oft Religion. Interessant, interessant. Okay, warte, ich muss weitergucken. Und einer davon ist Reichels Financier Frank Gotthardt. Also ich sehe ihn schon im rechten Flügel der CDU. Die Vermutung würde ich anstellen, dass er sich eine CDU wie vor 30 Jahren wünscht. Und das ist ja auch was, was an Julian Reichelt artikuliert hat, quasi die CDU dahin bringen, wo sie früher mal war. Die CDU nach rechts drängen. Einige Politiker der Union übernehmen teils die populistische Sprache der AfD. Dafür gibt es jedes Mal auch Kritik aus den eigenen Reihen. Dennoch gibt es diese Fälle immer wieder. Und der Parteivorsitzende Friedrich Merz ist vorne mit dabei. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Ihre Söhne, die kleinen Paschas. Beide Aussagen wurden in der Öffentlichkeit harsch kritisiert. Letztere von der Ministerin für Migration und Integration sogar als rassistisch bezeichnet. Und in genau solchen Fällen springt Reichelt Merz zur Seite und nimmt ihnen Schutz. Wenn Sie also aussprechen, was jeder Mensch im Land sehen kann, dann schüren Sie rassistische Ressentiments. Es geht in diesem Land und vor allem bei den links-grünen Ideologen nur noch darum, welches Wort man benutzen darf. Oh, er hat Indianer gesagt! Das darf man nicht mehr sagen, das I-Wort. Reichelt versucht auch aktiv Einfluss zu nehmen in einem Richtungsstreit in der CDU. Und Leute aus der CDU versuchen, Reichelt zu instrumentalisieren, um in diesem Richtungsstreit Einfluss zu nehmen. Und dieses Gegenseitige, dieses Wechselspiel, das funktioniert. Politiker der Union sind viel häufiger bei Reichels Formaten als Politiker anderer Parteien. Hans-Georg Maaßen war da, Philipp Amthor, Carsten Linnemann, Wolfgang Bosbach, seine Tochter Carolin Bosbach, Christoph Bloss, Julia Klöckner, Christina Schröder, Thorsten Frey, Herbert Reul, der Innenminister von NRW oder Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen. Das ist so viel CDU und CSU, eigentlich fehlt da nur noch er als Moderator. Interessant, okay, ich hab gerade ja gesagt, ich hab das Gefühl, die pushen CDU gar nicht, anscheinend ja doch. So absurd ist das gar nicht. Das ist Armin Petschner-Multari von der CSU. Er war schon etliche Male in Formaten von Reichelt zu Gast und wie die meisten Unionsgäste bei Reichelt, gehört auch er zum rechtskonservativen Lager. Er betreibt selbst die Kampagnenplattform The Republic und hat im August einen Artikel für das neue Portal News geschrieben. Wir kommen gleich dazu, was es mit News auf sich hat. Aktive Politiker der Grünen oder AfD waren noch nicht bei Reichelt. Gäste der SPD und FDP lassen sich jeweils an einer Hand abzählen. Da wären zum Beispiel Ralf Stegner, Wolfgang Kubicki oder Thomas Kemmerich. Ob sie weniger eingeladen werden oder nicht kommen wollen, hat uns Reichelt auf Nachfrage nicht beantwortet. Die meisten dieser Auftritte waren nicht bei Achtung Reichelt, sondern bei Ralf Schuler. Dieses Programm von Reichelt, dieser Krawalljournalismus, steht neben einem Frage-und-Antwort-Programm, beziehungsweise Format von Ralf Schuler. Und dieses Format von Ralf Schuler gibt sich wesentlich seriöser. Darum soll Schuler eine wichtige Rolle bei Roe-Medien haben. Neben Reichels Meinungskanal sitzen Politiker bei Schuler in einem möglichst seriösen Umfeld. Er ist der Ex-Parlamentsreporter der BILD und wenn selbst der Ministerpräsident von Sachsen dahin geht, muss es ja seriös sein. Es ist aber eigentlich genauso einseitig, was Ralf Schuler produziert, wie das, was Reichelt produziert. Ralf Schuler versucht, seine Interviewpartner in eine gewisse Ecke zu drängen, beziehungsweise von ihnen gewisse Aussagen zu bekommen. Reichelt und seine Sendungen sind jedoch nur ein kleiner Teil einer noch größeren Strategie. Ich bin gespannt, wenn wir ein bisschen zu fahren. Guten Abend, willkommen zu Tucker Carlson. Happy Tuesday, another day of rumors. Das ist Tucker Carlson. Er war bis zum Frühjahr Moderator bei Fox News und gilt als Held der politischen Rechten in den USA. Reichelt hat anscheinend diverse Stilmittel von ihm kopiert. Es ist eine Gefahr der Demokratie. Pull ihn aus dem Luft. Wie kann er sowas sagen? Er ist doch selber demokratisch gewählt. Sogar stellvertretender Ministerpräsident. Wir leben doch in einer Demokratie. Rechts, AfD, Populist. Weg mit ihm. Diese verschmitzte Lache am Ende kommt einem ebenfalls bekannt vor. Auch die Gäste ähneln sich. Warte, was? ... sind bei ihren ehemaligen Arbeitgebern rausgeflogen. Ist es die eine von eben? Ja. Ach, crazy. Auch die Gäste ähneln sich. Und beide sind bei ihren ehemaligen Arbeitgebern rausgeflogen. Tucker Carlson kennt Viktor Orban ganz gut. Das ist Ungarns autoritärer Ministerpräsident. Er schafft die Demokratie in dem Land Stück für Stück ab. Er hat insbesondere unabhängige Medien dezimiert und große Nachrichtenportale auf Linie gebracht. 2022 hat Orban in einer Rede an US-Konservative erklärt, wie er Ungarn zur konservativen Bastion in Europa gemacht habe. Die Rede war auch immer wieder direkt an Tucker Carlson gerichtet. Orban empfiehlt... Legend Media. Wisst ihr, wer auch mit Orban zu tun hat? Ralf Schuler. Er hat 2021 bei Ungarns rechter Kaderschmiede einen Vortrag gehalten und sich dieses Jahr mit Orban getroffen. Nun, was Ungarn da macht und Schuler macht mit, Reichelt macht mit und andere waren auch auf dieser Konferenz, zum Beispiel Roland Tichy von Tichys Einblick, ist letztlich das, was die neue Rechte Metapolitik nennt. Man versucht, den Diskursraum nach rechts zu verschieben. Das machen die Ungarn mit dem Einsatz von sehr viel Geld. Metapolitik bedeutet, um politische Veränderung zu erreichen, will man zuerst den Diskurs unter die eigene Kontrolle bringen. Es geht nicht um Kompromisse, sondern um Vorherrschaft. Das nennt man auch Kulturkampf. In den USA ist der längst entbrannt. Schwer polarisierende Medien. Harte Fronten über Themen hinweg. Es ist halt immer das Gleiche. Es macht mich so... Es kotzt mich einfach an. Es ist dieses so... Ich sehe hier diese ganzen News-Sender und sehe hier zum Beispiel die Schlagzeile. Was war das für eine Schlagzeile? How many children must die before it's enough? Dann geht es um Abortion. Und du weißt einfach schon wirklich, du kannst... Man kann mich nachts um drei Uhr wecken und sagen, hey, hier ist jemand von Fox News, der über Abtreibung spricht. Was würdest du wetten, was seine Meinung zu Fleischkonsum ist? Was würdest du wetten, was seine Meinung zu Feminismus ist? Was würdest du wetten, was seine Meinung zum Gendern und so weiter ist? Und ich könnte es dir einfach alles sagen, weil es immer der gleiche Bullshit... Also das, was die der anderen Seite an Ideologie vorwerfen, haben die einfach genauso an Ideologie. Ich kriege da wirklich zu viel. Könnt ihr euch nicht mal eigene Gedanken machen? Könnt ihr nicht mal kontrovers diskutieren? Könnt ihr nicht mal... Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Und das ist halt das, was mich so ankotzt, dass es das so wenig gibt. Vielleicht bin ich auch total verblendet und verstehe es einfach nicht. Aber warum muss es sich immer aufspalten in die zwei Lager? Wir wissen so ganz genau, bei dem Thema kannst du entweder Position A haben oder Position B. Und wenn du Position B hast, dann bist du konservativ, Fox News, Trump Wähler, whatever. Und wenn du Position A hast, dann bist du woke. Du bist, keine Ahnung, weiß ich nicht, Joe Biden Wähler und bist auf Twitter aktiv und was auch immer. Aber dazwischen, der Raum wird immer kleiner. Und ich habe es zuletzt mal im Podcast von Tommi Schmidt und Felix Lobrecht gehört. Da haben sie darüber geredet, ob Demokratie irgendwann scheitern wird. Und ich habe mittlerweile echt auch Sorge. Oh, lustig. Der Chat schreibt es, hat es so vor ein paar Minuten sogar und Sekunden hier auch ein bisschen geschrieben. Und Demokratie ist halt sehr, sehr instabil. Und ich habe irgendwie so dieses Gefühl, schon seit längerem. Und deswegen, ich gucke da so hin wie so ein Autounfall. Und ich versuche mein Bestes zu geben, das noch ein bisschen einzuordnen und so. Aber ich habe dieses Gefühl, dass wir gerade an dem Punkt sind, der später in den Geschichtsbüchern beschrieben wird. Mit verschiedenen kleinsten Sachen, die irgendwann dazu geführt haben, dass es einen Kipppunkt gab. Also so, wenn wir hören, wie früher in der Geschichte sich zum Beispiel Diktatoren an die Macht gedingst haben. Das war ja nie so, zack, switch und los ging's. Im Jahre 2020 gab es die Corona-Pandemie. Viele Menschen waren unzufrieden mit ihrem Leben. Unzufrieden, weil sie das Gefühl hatten, ihr Geld ist weniger wert. Und unzufrieden wegen XY. Dann gab es auch noch die Hyperinflation. Und vergesst nicht, 2015 gab es das Dilemma, dass ganz viele Flüchtende in Europa Unterschlupf suchten. Und das alles führte dazu, dass sich die Lager spalteten und immer extremeren Polen zuordneten. Und dann irgendwann kommen noch fünf, sechs, sieben andere wichtige Daten, die in dem Geschichtsbuch niedergeschrieben werden, die du auf keinen Fall in der Klausur vergessen darfst. Du musst die alle in deinen Text mit einbauen, damit der Lehrer dir auch schön für jedes gelernte Datum den Punkt geben kann. Und dann ist der große Knall und irgendjemand kommt an die Macht und dann gibt es noch irgendwelche Affären. Und dann, davor habe ich wirklich Angst. Wirklich. Hm, naja. Okay, weiter geht's. Polarisierende Medien, harte Fronten über Themen hinweg, kaum Diskussionsbereitschaft und drastische Schritte. Schwangerschaftsabbrüche werden eingeschränkt. Die Rechte von Transmenschen ebenfalls. Es gibt Bücherverbote an Schulen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das alles wird dann oft so geframed, als gäbe es eine große, unterdrückte Mitte der Bevölkerung, die von einer vagen, progressiven Elite gegeißelt würde, gegen die man sich doch endlich mal wehren müsse. Sie sollen leben, wie die wollen, während die leben, wie sie wollen. Die Regeln, die für uns gelten sollen, gelten nicht für die Apparatschecks der Partei. Nicht, es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen Interessen und wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Nein, wir sind die große, homogene Mitte, die anderen sind extrem. In Deutschland haben sich Reichelt und augenscheinlich Investor Frank Gotthard Anfang Juli, ein Jahr nach dem Start von Achtung Reichelt, letztlich auch ihre Own-Media geschaffen. Ich lieb's, dass in deiner Zukunftsprognose Deutschland immer noch ihr gleiches Schulsystem hat. Ja, das wird sich auch niemals ändern. Da ist Hopfen und Malz verloren, ich sag's ganz ehrlich. Eine ganz neue Plattform. Hier gibt es Newsartikel, längere Filme, kurze Berichte, Clips für TikTok, aber eben auch One-Man-Talkshows wie Achtung Reichelt. Oder geklaute Clips für TikTok von YouTubern, die eigentlich gar nichts mit der Scheiße zu tun haben wollen. Die ehemalige Synchronsprecherin Giovanna Winterfeld hat mit Gio unzensiert ein ähnliches Format wie Reichelt bekommen. Auch Stimmt und Schülerfragen, was ist, werden hier veröffentlicht. Fokus-Kolumne... Wisst ihr, an was mich das erinnert? Es gibt so eine... Boah, wenn ihr die im Chat kennt, sagt mir den Namen. Es gibt so eine YouTuberin, die sieht aus wie Ben Shapiro, nur in weiblich. Und die macht auch Content wie Ben Shapiro, nur in weiblich. Ja, ich hab sie. Hier. Sie. Ist sie mit dem Verwandt? Die ist mit dem Verwandt! Oh mein Gott, jetzt check ich das erst! Was? Die ist mit dem Verwandt? Nee, doch nicht. Ich hab dich erst auf Twitter gefunden. Okay. Du bist eine female Ben Shapiro. Ja. Und ich sah die Resemblanz und dachte, okay, Sie sind irgendwie irgendwie verwendet. Wir sind nicht verwendet, obwohl Sie mir die große Idee gegeben haben, dass wir einen DNA-Test machen sollten. Just testen. Ach nee, doch nicht. Okay, sie sind doch nicht verwendet. Okay, der Chat hat mich verarscht. Nein, sie sind nicht verwandt. Aber sie sieht ihm, muss man wirklich sagen, brutal ähnlich. Und sie hat halt genau seine Inhalte. So, und jetzt können wir mal kurz Brad Cooper eingeben. Und dann werden wir sehen, die hat so ein Format auf YouTube, das sieht genau so aus, wie das, was wir gerade gesehen haben. Welcome back to the comment section. I'm Brad Cooper. A couple of weeks ago, we talked about... Das ist hier in so bunten Lichtern und so. Und sie sitzt einfach vor einem Mikro und redet immer über irgendwelche Online-Trends. Und genau daran erinnert mich das hier gerade auch. Copy, paste. Copy, paste. Naja. Gut. Wollte ich an der Stelle mal gesagt haben. Auch Stimmt und Schuler fragen, was ist, werden hier veröffentlicht. Fokus-Kolumnist Jan Fleischauer soll eine wöchentliche Late-Night-Show moderieren. Allerdings gibt es hier augenscheinlich momentan noch etwas Drama. Ralf Schuler trägt nun die Bezeichnung News-Politik-Chef. Und der Sender den bescheidenen Slogan, die Stimme der Mehrheit. Und mehr Metapolitik geht wohl nicht. News gibt sich teils den modernen Anstrich eines Fernsehsenders oder Streaming-Dienstes. Tatsächlich arbeite ich an etwas Neuem und versuche all die Leidenschaft und Emotionen in Reichweitenstarkes am Ende Fernsehen zu übersetzen. Zu Gotthard sagt uns Wienand. Wir wissen ja, dass er vorher im regionalen Medienmarkt unterwegs war. Und da lässt sich sagen, dass er mit dem, was die Kollegen dort gemacht haben, ziemlich unzufrieden war, weil ihm das nicht spektakulär genug war. Also er hat da wohl mal in einer Konferenz gesagt, das ist alles zu langweilig. Ihr müsst mehr werden wie die Bild und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. Frank Gotthard hat auf unsere Bitte um Stellungnahme nicht reagiert. An Julian Reichelt hatten wir Fragen zur Finanzierung, wieso er unmögliche Aussagen nicht rausschneidet. Ja lol, als ob da irgendjemand antwortet. Was er eigentlich bei News für eine Rolle hat. Chefredakteur ist er ja nicht. Die Roe Medien GmbH, Reichels Firma, möchte sich nicht dazu äußern. Reichelt war schon immer laut und hat die Bild immer wieder zu neuen Tiefen geführt. Aber bei Menschen wie Eva Fladinger-Brook grinsend und nickend zuzuhören und ihre gefährlichen Aussagen dann für hunderttausende Menschen unkommentiert stehen zu lassen, das ist wirklich eine Hausnummer. Reichelt war mal Kriegsreporter. Vielleicht gefällt ihm die Idee eines Kulturkampfes. Einer Schlacht, die er für sich entscheiden kann. Mit einem gesunden Verständnis einer demokratischen Gesellschaft hat das aber leider nichts zu tun. Das war, Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Heuchelei und Propaganda in der Politik. Alles klar. Cheers. Boah. Ich sag euch eins, ich hab eigentlich genug Alkohol vom Oktoberfest, aber jetzt würde ich mir eigentlich am liebsten einen hinter die Binde kippen. Ich sag's, wie es ist. Was soll man dazu sagen? Eigentlich in jeder Hinsicht Katastrophe. Ich hab ja so ein bisschen die Hoffnung, um das als Abschluss für dieses Video und Thema mal zu sagen. Ich hab zwei Hoffnungen. Erstens ist meine Hoffnung, so gaga solche Kanäle hier auch sind und für so gaga ich die empfinde und was da vielleicht hinter steckt und Propaganda und bla bla bla. Wenn es wirklich CDU-mäßig gepusht ist, hab ich die Hoffnung, dass da die CDU vielleicht in letzter Instanz der AfD ein bisschen die Stimmen wegzieht durch solche Bewegungen. Und das ist jetzt wie gesagt eine ganz zynische Hoffnung, aber das ist zumindest meine Hoffnung, wenn wir sowas hier sehen und eh nichts dran ändern können. Und meine zweite Hoffnung ist, ehrlich gesagt, und ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sage, aber meine zweite Hoffnung ist, wir haben jetzt gehört, dass Sarah Wagenknecht eine Partei ins Leben ruft. Und was auch immer diese Partei am Ende für Werte und Ansichten und was auch immer vertreten wird, auch da hab ich so ein bisschen die Hoffnung, ich weiß nicht, ob es politisch unkorrekt ist, das auszusprechen, aber auch da hab ich so ein bisschen die Hoffnung, dass auch diese Partei das ein bisschen diversifizieren wird. Dass wir am Ende nicht, keine Ahnung, bei 30 Prozent AfD landen und vielleicht, ja, ein Stück der Wählerschaft dahin rüberschwappt. Weil, sind wir ganz ehrlich, wie ist es? Ganz viele Menschen fühlen sich von keiner Partei repräsentiert. Ich sag euch ganz ehrlich, ich auch nicht. Ich fühle mich von keiner Partei, die im Bundestag zu den großen Parteien gehört, komplett repräsentiert. Ich glaub, das kann man auch gar nicht so. Wie soll das gehen? Ich wähle halt immer die, die meiner Ansicht nach am nächsten ist. Also, die meinen Ansichten am nächsten kommt. Und ich hoffe halt, dass ganz viele Leute, die Frust haben, eben nicht den Fehler machen. Und jetzt sag ich Fehler in Anführungszeichen, weil wenn das deine bewusste Entscheidung ist, dann gut. Aber ich glaub, viele Leute wissen gar nicht, für was diverse Parteien stehen, was in deren Parteiprogrammen stehen. Viele Leute wählen einfach aus Frust oder um den anderen eins auszuwischen oder so. Und ich hoffe einfach, dass sich das noch mehr diversiziert. Ich wähle das geringste Übel, schreibt ja auch der ganze Chat, ja, so ungefähr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dieses Jahr auch so am Überlegen, wie das eigentlich mit den Kleinstparteien aussieht. Also, wie das mit Parteien ist, die gar nicht normalerweise die Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Ich weiß nicht, was es da jetzt gibt. Keine Ahnung. Sowas wie die Tierschutzpartei, die Basis, Volt, die Piraten, whatever. Ihr kennt sie, die ganzen Kleinstparteien. Oder die Partei zum Beispiel als Satirepartei. Ich muss mich da ehrlich gesagt nochmal informieren, aber ich wollte tatsächlich mal irgendwo im nächsten Jahr oder wenn die nächste große Wahl ansteht, vielleicht auch was dazu machen, wie viel Sinn es machen kann, diese kleinen Parteien zu wählen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, taktisch macht das ja nicht immer unbedingt Sinn. Kommt immer drauf an, Erststimme, Zweitstimme, muss man schauen. Aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir auf diesen komischen Umbruch zusteuern oder nicht. Was weiter passiert. Keine Ahnung. Und der Chat ist auch komplett überfragt. Na ja, na ja.